Sehen Sie sich das an. Das ist eine Polizei-Notrufzelle. Was um alles in der Welt macht die hier? Fassen Sie sie an. Fühlen Sie das? Sie vibriert etwas. Als wäre sie lebendig. Wer ist er? Dr. Wer? Schließ die Tür, Susan. Gut, welcher Hebel war es noch gleich? Nein, nein. Ah ja, der hier. Die Tadis kann überall hinreisen. Tadis? Den Namen habe ich mir ausgedacht aus den initialen Trips aufgrund relativer Dimensionen im Sternenzelt. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, durch die vierte Dimension zu reisen? Können Sie? Susan und ich sind von unserem Planeten abgeschnitten, ohne Freude oder Schutz. Doch eines Tages kehren wir zurück. oureAL threats? Subgezwung. Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe Oma GA